Schiffsbrand waren Abgase. Am Freitagmorgen ist es im Passau Ortsteil Heining zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. Ein gemeldeter Schiffsbrand löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Vor Ort stellte sich der gemeldete Brand aber als harmlos dar. Ausgedrehtene Abgase führten durch die Kälte zu einer starken Ruß- und Rauchentwicklung. Am dort ankernden Passagierschiff waren an der Bordwand deutliche Rußspuren erkennbar. Nach kurzer Besichtigung konnten die angerückten Feuerwehren der Stadt Passau wieder abziehen.